Auf Wiedersehen. Herzlich Willkommen zurück zu Castle Crushers. Mit kleinen L, Liz und mir und so. Hallo. Sack hallo, genau. Wir fangen einfach an, weil es ist auch TE wieder 5000 Jahre. Ach ja, wir müssen ja erst wieder hinkommen. Ja. Aha. Ah, ich wäre schon wieder, ich wäre schon wieder fast in die Lava. Ich möchte mir mal ausziehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung ist. Ja, ich musste auch gerade überlegen, weil es ist schon wieder das letzte Spiel schon ein bisschen her. Ein paar Tage aber. Ja, das ist schon viel zu viel. Ja, stimmt schon. Ein paar Tage sind ein paar Tage zu spielen. Alleine eine Stunde wäre schon, da weiß ich auch schon nicht mehr, was ich da ins Drücken muss. Aha, lasst euch Zeit hier. So. Ich wäre fast in den Schels reingerannt, ne? Das machst du doch eh immer. Ach, Ruhe. Au! Ach, scheiße, da war ja was. Wie bist du denn springen? Das ist ja gut, ich bin so blöd. Kabams. Hahaha. Oh, da war eine Banane. Wer hat die denn gegessen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ich? Pass auf, vielleicht auch nicht. Ja, ich merk schon. Oh, gut, in Deckung, diesmal ja. Ja, aus dem Sizer. Aber nur heute. Und Unterstützung von meiner Fledermaus. Autsch. Eins. Ich muss mir gerade überlegen, wie macht man denn? Ne, das sind ja, weil Leute die Sachen tauschen. Ah, hier. Ach, das hier muss ich mir noch sehen. Du musst das Toastbrot essen. Das sieht man noch, das ist auf dem Tor, ist doch ein Toastbrot abgebildet. Ja doch, ja doch. Stimmt. Jetzt wurde es sagt. Iks. Kabams. Aha. Hihi. Okay, wir können gehen, ja. Ich bin der blaue Hulk. Die Männchen sind so cool. Also ich meine die auf dem Schild. Ja. So, das mit den Eiszapfen ist schon praktisch. Ja, jetzt auf einmal. Ja, ich hab immer kein Bock zur Magie. Wir haben ein Laserschwerter, ja, verdammt. Ja, ich weiß, ich weiß, ne, wirst du, wirst du, wirst du denn nicht fertig, starr? Mann. Oh, ich hab auch niemals so viel Leben. Jop. Ich glaub, unsere Gegner sind ganz schön stark. Mhm, oder wir stellen uns einfach nur Kacke an. Ja, wie gesagt. Also wahrscheinlich ist es beides, aber, ey. Oh, was ist denn? Was, hab ich mich jetzt ausvorwahrt, was ich eben verwandelt? Nein, das fahr ich jetzt ausvorwahrt, was ich eben verwandelt. Ja, ich hab mich grad einfach nur gewundert, warum ich so, äh, so volles Leben hab, ja. So, die kann man ja wohl nicht hier auf den. Ja, ne Blau-Vehrung. Oh, ich will den hier noch haben. Gebt ihn mir, gebt mir den Pommes. Scheiße, die brennt schon wieder alle hier auf. Boah. Also irgendwie leckt das bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht. Also, es kann auch sein, dass wir das lecken. Aber. Aber ich will den mir nur, dass leckt ein bisschen. Ich glaub, ich hab gerade von alleine und... Also ich glaub, die Tränke setzt man von alleine ein. Weißt du? Weil ich hab gerade volles Leben. Ich hab keinen Trank eingesetzt. Ja, das hatte ich aber auch. Und wenn ich mal gucke... Ich hab noch vier Tränke, ja. Tatsache. Also sobald man halt... Also kurz vorm Abgräbeln ist, setzt man den Trank automatisch ein. Yay. Der Oskar. Nein. Naja, okay, du bräuchtest das auch mal, ne? Ja. I'm sorry, I'm so sorry. Das ist wirklich eine gute Skelette und dann... Very sorry. Ach ja. Er hat ja seine... seine Sklaven. Die sehen so hilflos aus. Ja. Weil die hatten alle irgendwie Dreiecksmützen, kann das sein? Wie? Na, als sie so versteinert waren. Einzel? Ja, klar. Dann sind bestimmt die Obfrau von Pompeji. Ich bin vom Traffik hier immer nicht. Oh. Ich seh mich nicht. Ich seh mich nicht. Wer habt? Wer hat das eingefroren? Au. Kommt doch nicht immer von allen Seiten hier. Das ist nicht fair. Ach, bei dir kommen die immer von allen Seiten, ja. Ich helfe dir ein bisschen. Au. Ich leite doch immer die ganze Zeit hier im Vorbild und so. Ach, Ruhe. Und dann, wenn wir meine Beute hier klauen, ne? Ja. Wo ich hier halt am Verrecken bin. Ach, du doch nicht. Du hast das Tränke. Puff. Aber du, ne? Aber du. Bestimmt, wie die aus Versehen sind alle verwendet. Einzel? Ach, klar. Au. Oh, wow. Wenn ich immer das versuche, um so auszuweichen, die mich so hochspringen, dann bringt das absolut nichts. Wie ich immer denke, ich treffe alle dabei bis du das. Echt? Ich glaube nicht. Ah, ja, genau so. So war das. Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen nur B drücke. Oh, ihr seid ja immer noch da. Wenn wir jetzt sterben sollten, machen wir das Ganze wieder von vorne. Ah, stimmt. Das war ja die Kacke, ne? Ne, nicht die Kiste vergessen hier. Oh. Gut. Was? Was denn? Nicht. Das war nicht zum Heilen. Nein, ich hab's gesehen. Das war eine Platz heute. Moment. Nein. Ich verzeihe dir. Okay. Oh, ich schlag einen. Der andere. Oh, ich würde hier gerade weggehen und dann... Nein. Ich fliege in die Luft. Alter, ey. Oh, warum stoppt denn der nicht? Ach, jetzt ist er. Jetzt ist doch tot. Ach ja, da war ja was. Jetzt ist wieder los hier, ne? Ähm. Wieder gleichzeitig? Oh, können wir machen. Oh, ich verkeh die ganze Zeit von den kleinen Viechern und die Fritzen, ja. Ich auch, aber ich hau die... Aber halt, die waren übelst Damage! Scheiße, ich bin schon wieder weg. Ah, fuck, ey. Scheiße, 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 scheiße! Ich bin sehr sehbar! Ja, stimmt. Brot springen. Toastbrot. Ich kann gar nicht springen. Ach so, nee, ich hatte gerade eine. Wie viele Toast hast du eigentlich noch? Genug. Oh gut, dann mach du das mal noch. Wie viel. Wie viel. Mehr oder weniger hier. Fuck. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Ey, du sind mehr Toast als ich. Das tut mir leid. Da hast du Angst. Oh, oh, oh. 3.2. Oh Gott, ich war hier gerade runter. Aber es geht ja eh nicht nur. Zum Glück. Oh, ich nehm die hintere. Ich nehm die hintere. An! Oh, ein Apfel. Oh ja. Fleisch. Okay. Wir schaffen das. Ich, ich stell mich jetzt einfach in die fucking Mitte. In die Mitte? Dann, ja, ich werd mich jetzt hier hinstellen. Und? Hoffen, dass ich irgendwann treffe. Ja? Der schmeckt doch wieder seine komische Kugel runter, wa? Jo, jo. Wah! 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 Boah, fick dich. Jetzt bin ich der Kugel ausgewichen. Bin ich schon wieder halb tot, wa? Weil, musst du die nicht irgendwie treffen? Ähm. Oh. Fuck, fuck, fuck. Fuck it, die fuck. Wir haben ihn. Jetzt so, was, was? Ach, die, die Fresse, oder? Oder was? Ja, klar, die Fresse. Wohin sonst? Ich hab jetzt mal auf die Hand so ein bisschen so. Tatsache. Dann trifft man den auch. Dann trifft man den, dann ich hab, wo jemand... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Anni, wenn du stirbst, dann steck bitte nicht davon. Wo denn sonst? Ich weiß nicht, irgendwo da hinten. Oh, das ist so kacke. Wo? Autsch, 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 Autsch. Du sagst, du hast nicht mein... Das war mein letzter Trank. Ja, wir stehen gar nicht mit Magie. Wollte ich ihn mal so erwähnen. Oh, kacke. Fuck. Ich hab noch einen Trank. Aber ich weiß nicht, wie ich... So, Moment. Ich komm immer nicht ran, mal bei dem. Oh, ich renn immer schön rein. Oh Gott. Oh, fuck. Nein, 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 nicht hier sterben, nicht hier sterben. Wenn, dann sterb ich da hinten. Nein, nein, Anni, Anni. Ich bin schon längst dabei. Ich glaub, Magie hat ihm nicht so was an. Huch. Oh, kacke. Voll ins Gesicht. Au, Mann. Heute bin ich doch gar nicht gerannt. Der holt schon wieder einen Stein. Ja, ja. Ja, ja. Nein, wenn du hier an der Stelle stehst, dann wirst du eigentlich nicht getroffen. Nein. 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 Danke. Ich bin aber als nächstes tot, wollte ich schon mal so erwähnen. Warte, ich guck mal. Achso, einen Entrank hab ich noch. Warum hast du jetzt eigentlich ne Kombo? Oh. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Du schlubst nicht. Oh Gott, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ja. Nochmal wegflieg. Wenn wir jetzt gestorben wären, ne? Ja. Wir haben zwei davon. Jetzt hab ich mich ja auch gerade bewundert. Oh, haben wir. Der hat es geschafft. Der hat es geschafft. Hast du mehr Erfahrungspunkt als ich? Oh nein. Oh nein. Oh, wirklich. Lass dich einfach da unten drücken. Frankensteins Girl. Das lebt ja noch. Natürlich. Okay. Jetzt hat das so'n coolen Daumen gezeigt noch. Ja, stimmt. I'm okay. Ich weiß ja auch nicht. Ach, ich hab mal Verteidigung. Ich wär zu so'n Lützen-Berserker noch. Weiter meine Magie-Skill, weil immer wenn da so'n Glitzer-Balken ist. Ja, ich weiß, aber ich trau mich nicht. Oh, wow. Ach, ich muss jetzt echt... Achso, wir müssen zurückfahren. Ich glaube... Lass mal zu dem Laden oben gehen. Bitte? Okay. Ja, gut. Aray, na? Lass uns in den Laden gehen. Ja, ey, laden. Hallo. Du bist so eine neue... Du Arsch, du. Was ist denn süß? Wer einem so kein Geld dafür hat. Wenn man Toastbrot haben, wie viele Toastbrot haben? Äh, man kann ja viele haben. Wir haben fünf. Ich hätte aber gern hier ein paar. Hübsch, wübsch, wübsch, wübsch. Ah, ich nehm mal neun, ne? Bisschen Kohle und beheißig, ne? Ja, für die schlechten Zeiten war. Ja. Arena? Nein. Also entweder... Ah, wir können's jetzt hier probieren, wenn du möchtest. Aber was war denn mit der Arena? Keine Ahnung, können wir später gucken. Ich will jetzt hier den Typen da vermöbeln. Ich will jetzt die Pinkarrie haben. Die sieht doch echt voll hübsch aus, bestimmt. So in Wirklichkeit. Also, wir kriegen das hier hin? Warte, ich mach das mal eben. Dann musst du so eins nicht verschwenden. Okay. Tatsache. Cool. Bitch. Cool, Arnie. Echt cool. Oh. Oh, 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 oh. Ich hab auf dich geguckt. Mann, Mann, Mann. Sag mal, kümmerst du dich mal um die... Nice. Wow, Bombe! Nee, ich muss die Eiskalt wie die Kohle, ey. Wow. Wow. Okay. Gibt es mehr so eine Dinge? Nee, irgendwie nicht. Pippa, ne, wenn du mir damit oder so. Nee, jetzt werfe ich. Ich bitt's mir an. Schon gut. Pass auf, da leuchtet dunkel. Äh. Irgendwie nicht gut. Darkness. Darkness. I kill you. Äh, nein, eigentlich war es ja. Weh! Was ist denn, dass wir Zeug was dir hier machen? Au, 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 au. Ähm, da liegt ne Keule für dich. Oh. Dankeschön. Ich hab grad gedacht, ich wär du und ich hätte nicht getroffen. Das wär ja peinlich gewesen. Ping-Pong. Ah, okay. Wah! Oh, warte, wir können uns doch verteidigen. Ja, wie denn? Achso. Äh, äh, wie denn? Äh, zwei. Jaja, ich bin ja schon, sonst würde ich jetzt nicht mehr laufen so behindert. Ach, du Scheiße. Au! Fuck! 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 Anni, falls ich hier sterben sollte. Ah, kacke! Autsch. Autsch. Ich glaub immer dagegen. Ach, komm. Puh! Äh, 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 äh! Man sieht das immer so scheiße! Oh Gott. Ich hör, die machen gar nichts. Oh, die machen... Oh Gott. Wann mal? Beim ersten Enden wird's gefällt, beim zweiten und was? Ich dachte, ich muss das durchschneiden, okay Neimodisch, seid ihr denn jetzt hier? Verpisst euch doch Ich hab gestern so einen übelst krassen japanischen Dokumentarfilm gesehen Da war auch so irgendein Typ der war irgendwie von wegen so Ich schaff das alleine so gegen 5000 hat die ganz unrealistisch zur Seite geschmissen Ja, es war ein Dokumentarfilm The Last Samurai war Nein, irgendwie so Floating Castle so ein schwimmiges Schloss Also süß gemacht Also eher so lustig, das war kein Kampffilm Die haben in Wirklichkeit, also der Film ging zwei oder drei Stunden und die haben so zehn Minuten gekämpft Fuck Boah, erinnerst du dich doch an eine Chinese Ghost Story? Nein Soll ich? Was, die haben wir bei dir geguckt Schlugelug So ein Urhalter, Japan-Horrorfilm Zeitwischig Das nein, wenn dann überhaupt Zombie-Headhunter-From-Hell Ja, das auch, aber Hä, haben wir den geguckt? Ja sicher Ich weiß nicht mehr, worum es da ging Ah, der Familie und so weiter Und der Typ hat sich ja irgendwie Ülze gegönnt Ja, aber wir haben auch eine Chinese Ghost Story geguckt Vermutlich, ja Auf mehrere Teile Egal Oh, ich verwechsel mich immer mit dir Oh, Geld Komm, lass auf einmal her Ich hab keine Ahnung Du kannst bestimmt Huch Ja, konnte ich vorhin schon Ich wusste Ich hab dich mal gegen den Großen Der macht dich voll fertig Vielleicht sollst du dich da auch groß machen? Vielleicht hast du bessere Chancen? Oder heilen? Einfach rein Ja, ist gut Ich mach mich ja groß Ich mach mich ja groß Ich mach mich ja groß Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Der hat so einen Vogel Das ist mir egal Ich hab auch einen Vogel Da, sag ich's nicht Aua, ich will nicht zwischen euch kämpfen Das kleine Navigin hier raus Halt dich hier raus, ne? Hey Hey Verloren Ja Ich hab mich abgelenkt Lass mich in Ruhe Aua Lass mich das machen Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht, hab ich gesagt Ich heim mich erst mal Bams Warum machst du denn jetzt auch noch mit? Nein, da konnte ich gar nicht gewinnen Das sind das Oh, mach du mal Oh, fetter Knopf Hab's doch ziemlich irgendwie geschafft Oh, toll Ah 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 Meins Besuch mich für die Tiere Oh, ich hab einen schicken Vogel Ah Wär auch ein Vogel Ja, der war da auch ein Vogel Hüftel So, das Ding ist ja Au Okay, komm nicht auf das Rote Zeug Komm nicht auf das Rote Zeug Huuu Kannst du bitte weggehen hier? Mich? Weißt du mich? Stief Oh Ah 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 Sag mal Sag mal Wollt ihr mich verhaschen? Hier gerade? Ouch, jetzt hab ich doch was abbekommen Ouch Ich hab mich gerade von deiner Attacke ausgewichen Die Hand ist der Endboss Ich muss trotzdem die kleinen Sachen hier wegmachen Du machst das schon mit dem Boss da Ich kümmere mich um die komischen Sachen hier halt Fuck Dagegen kann ich nicht Au Oh 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 Kacke Kacke Ich bin einer Endschutzfleisch aufgefangen Nein, nein, komm mich in einen Warum hab ich das denn? Hast du das gerade gesehen? Nein Ich bin da um die auf das Rote Zeug gekommen Auf das andere Hals Oh, ich kann verwandeln Nein, ich will mich zurück verwandeln Ich will mich zurück verwandeln Au Jetzt ist der schon wieder weg By the way, ich bin... Achso, ich hab noch Haltrenke Einen Fuck, ich bin genau reingerannt Ich hab keine Haltrenke mehr danach Mano Jeder Schuss ein Treffer Kacke Au Huch, falsche Richtung Ja, das dachte ich auch, krass Ich glaube, du machst mir damage letztlich Ich will mit der Katze Ah, nein So Oh, so ein Kack hier schon wieder Kacke Mh, mh Wann, oh Ich wollte mich nicht verwandeln Ähm Oh Ja, das kann er von mir aus immer schießen Das ist voll entspannt Traff ich ihn immer nicht wieder? Ich bin beim süßen Pfeilen hier Mh, mh Muss ich mal leben Autsch Du Arsch Was bin ich eigentlich für eine quiche Erfindung? Was ist in der Sinn eigentlich dahinter? Es gibt keinen Oh So, jetzt kommt bestimmt wieder Feuer Nein, das ist kein Feuer Noch besser Bei Feuer hat er immer so eine Dings vorne Mh Das Eis Ja, Eis kann er von mir aus auch machen Das geht noch Das soll man auch angreifen Willst du mich verarschen? Ja, das macht Taten, wenn ihr angreift Ich kümmere mich lieber um die Hand hier Das machen wieder eh alle Ah, da kommt wieder Jetzt kommt Feuer Gut Pass auf Ah, gerade so geschafft Hallo Ah, was ernsthaft Ah, Arnie So Komm zurück So, komm her, Hand Alter Not today Achso, müssen wir jetzt ihn besiegen Das kann ja sein Dass wir jetzt nur noch ihn besiegen müssen Die Hand ist weg, oder was? Ja, deswegen Das ist aber kacke Ja, genau das Ja, da darf man nicht drauf Das ist kacke Das geht doch nicht Oder sag mir, dass die Hand gleich wieder kommt Nö, ernst Nein Au Ja, genau deswegen Was soll denn der kack? Ich hab jetzt auch so einen Heiltrunk Das ist mein Bäh, das war ja gleich Autsch In your face Mh, fuck it Ah, nee, ich werd gleich sterben Das ist schön Soll ich denn wiederbeleben? So als Info Joa, du wär ganz Ich wär ganz knorkel so Äh, knorkel 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 hier Pass auf Hö, hö, hö Ich bin skilled Oh Gott, das kann sich nur um Stunden handeln Und direkt danach müssten wir da mal einen Cut machen Mhm Nö Fuck Du kannst mir gar nichts Oh Goddammit Ja, das ist voll nervig vor allem Was soll denn der kack, können wir ihn hier irgendwie treffen? Nee, können wir nicht Autsch I'm very sorry Äh, ich kämpfe mal hier so ganz gechillt so Dankeschön Fuck Falsche Richtung Na, ich kann die Wunde dagegen Ne, das war, weil ich gerade was geschossen habe, denke ich mal Also, hast du's Ach, egal Pass auf Äh, ja Pass auf und stirbt hier halb Pass auf und stirbt Fisch Gut, Anni Das muss die Mann sehen Bleib hier Oh, der war nicht mehr so viel Noch zehnmal und dann könnt man fertig sein Das soll denn bestern zwischen Kann ja auch mal passieren, ne? Verdammt! Verdammt! Oh, diese Bitch, manche trifft nämlich gar nicht, manch mal voll die Fosse Nicht so knorke Oh, ist das nervig! Ich glaub, ich bin auch gleich tot und so Also noch Folie Stöp mal am besten vor mir Dann kann ich nicht wenigstens wie Sorry Nein, du sollst sie nicht töten! Äh Ja, mit meinem zehnmal geschätzt, war doch gar nicht mehr so dumm Woah Wie cool, wenn du mal da rüberspringst, find ich sehr nice Ja, das könntest du auch gerne Ja, das wünsche ich mir auch mal Oh, wuhu Ah! Achso, du warst das gut Oh Gott Vor allem, mein Vogel sieht so ernst aus Ich glaub, ich nenn ihn ernst Sei ziemlich ernst Das war's gleich Auch, für mich ja Oh, du treffst ja nicht so Eher als Man kann ihn treffen Ganz vorne, wenn man hier ganz vorne steht Ja, pass auf, dass du nicht gleich wieder reinläufst Und das war's jetzt das letzte Mal Das war dann das Problem Ich werd jetzt hier einfach nur Ich werd jetzt hier einfach nur schlagen, ne? Ich bin schocktisch Ich bin getroffen Naja, das will ich mir noch mal ansehen, auch dass wirklich du warst Ich schlätt da die Olle schon wieder weg Und immer schon mit dem Gesicht Schön weg Achso Das hätt ich aber auch gemacht Komm, ich will jetzt hoch und verprügeln den Typen So, los jetzt Ach, jetzt können wir da drüber, ja Komm her, du Hässlern Was zum Ich guck dir erst mal durch Nein Wie sieht uns aus? Der wird eisig Äh, ich hab eigentlich gedacht Der hat sich im Blue One aufgelöst Also glaub ich eher, dass der wässrig wird Cool Okay Oh, wir haben das letzte Teil, ne? Man, die wird den Typen da verprügeln Oh Sag, runterschubsen oder sowas Ach, Arnie Toll Toll Ich würd sagen Wir machen den Cut, ne? Ja, klar, sicher, bestimmt Die Vielen Dank.